Am Montag ist es heiter bis wolkig und trocken. Die Temperaturen liegen bei 4 Grad am Morgen und 15 Grad am Nachmittag und Abend. In der Nacht ist es leicht bewölkt bei Werten von 6 bis 10 Grad. Der Dienstag startet freundlich. Am Nachmittag zieht sich dann der Himmel zu. Es bleibt aber trocken bei Werten bis 20 Grad. Am Mittwoch wieder überwiegend freundlich bei Temperaturen bis 21 Grad. Und am Donnerstag ist neben überwiegend freundlichen Abschnitten und durchgängig zweistelligen Werten gerade auch am Abend mit Regenschauern zu rechnen.